moiz hat leute knochen wieder hier mit kaiser franz und genau so hört sich das so gehört so wird sich das häufig mal wieder einfach nur aus fangen aus spaß zum spaß aus und so weiter mit 13 mit 315 bk ich weiß gar nicht mehr für was steht das bk blöde schneit's kenne ich nur als marke ein 12 7,7 zentimeter berenzin maschinengewehr 12,7 berenzin auch noch mal wieso steht das jetzt verstehe ich nicht warum steht das separat einmal mit also einmal einmal und einmal zweimal so die anordnung des maschinengewehrs und zweimal 7,62 millimeter schwack maschinengewehr eigentlich ein schönes flugzeug wenn man ganz genau nimmt sind ja viele im niedrigstufigen bereich geflogen früher das war noch zeiten und ich würde sagen wir legen los also was meine höchstgeschwindigkeit habe ich gar nicht geguckt höchstgeschwindigkeit 663 kilometer so du bist bereit alles klar wir können sofort los wie oft muss ich immer sagen bist du bereit und dann brühe ich immer weil du schlugzeug nicht weg hast ja heute nicht arcade luftschalachten komm let's lose fliegest du nur mit deinem flugzeug wie nur mit einem weil ich dann dieses flugzeug primär fliege also eben hatten die mir irgendwann mal hier so ein so ein wieso komme ich nicht rein hallo ich will rein hier ach so doch noch okay also haben die mir irgendwann mal so ein gutschein hier hinterher gedrückt ich bleib mal erstmal ein bisschen außerhalb hier wieso ich bin wie du flieg da gleich in alle rein und lass mich gleich wegschießen also nicht dass du das immer so machst aber kommt schon mal vor das heißt ich gucke hier ich gucke hier ob sich welche von den anderen ablösen die ich dann verfolgen kann das zum beispiel eine dornier die sich gerade ablöst ich folge dir aber wehe du klaus mein kill ey dann wär ich aggressiv ich kann auf dich schießen ich kann dir mal die klöten wegschießen die du nicht hast ich komme näher gleich da so die dornier fliegt nicht weiter okay wir müssen uns auch langsam wieder rein drehen sind wir zu weit da kommen der juckers 88 genau die und der du gerade vorbeifliegst du nicht weiter töten unsere leute da ist einfach den bruder zu zerlegen hier abdrehen also ich jedenfalls der hinterlässt auch meine spuren naja ich gucke nur nebenbei ob da nicht noch irgendetwas hier auf mich zu fliegt da ist noch was er ist weg schade ja so auf den geballert naja gut ja panzerung nennt sich das und so rum ich versuche hier die bühne ich glaube da kommen wir an elf liegt der hoch wenn ich glück habe schaffe ich es noch bevor die müde die schwindigkeit hier und strich durch die rechnung macht und es wird aber richtig knapp näht das habe ich nicht mehr doch doch ein zwei treffer sind noch drin so jetzt muss ich leider abdrehen beziehungsweise gar nicht ganz taumeln bei mir hat so ein bisschen besser funktioniert weil ich etwas höher steigen kann und dazu kommt noch dass ich etwas mehr geschwindigkeit drauf hatte ich versuche es noch mal leider zähle ich jetzt ein bisschen blöde und schon wieder leicht im trudeln ja ich bin schon wieder im trudeln ach du bist weg der typ den wir vorhin gekillt haben und seiner junkers beziehungsweise auf dem wir mit drauf waren das wird so gewesen sein ja ich komme kaum noch hinter dem herrne ich nehme wieder ein bisschen geschwindigkeit auf aber nicht viel sie auch wie alles abblitzt an dem typen ich treffe immer nur so ganz leicht so ganz wenig jetzt habe ich den heck beschädigt mir geht die ammunition aus ich bleib einfach hinterher jetzt hier sind aber natürlich seine hex schützen hier ich komme ihm sehr sehr nah er ist weg das ist so wenn man sich so wie wir wie bekloppten einfach auf dem flugzeug konzentriert das ist so wenn man sich so wie wir wie bekloppten einfach auf dem flugzeug konzentriert ja auf nichts anderes weiter achtet gleich nochmal rein mach bereit ich will das nicht raus schneiden ich bin bereit alles klar so leute hier ist der knizer knizer franz mit knochen schon wieder dieselbe scheiße hier oder jetzt muss ich 17 sekunden warten bis ich reinkomme ich weiß nicht warum ist denn diese wartezeit warum schmeißen hier einfach alle rein immer noch unterwegs mit der mc3 15 bk also wie das ist das mission sachen die erlebt werden sollen entweder alle bodeneinheiten weg oder den gegnerischen flugplatz und oder alle gegnerischen spieler auch hier wieder fliege ich natürlich nicht gleich in die leute rein ach weißt das spiel ist nicht immer so spannend aber so ey warte mal ich hab doch noch oh shit ich hab die falsche taste gedrückt ach ich wollte mein einsatzbefehl aktivieren und ich hatte blöderweise irgendwie die windows taste gedrückt so runter wie ein jäger der jagen will auch hier ist auch der typ der zum einversatzbefehl gehört jetzt wird der erstmal gejagt wo ist er denn der heißt klemmchap oder so sehe ich nicht ey was schießt du nicht richtig was oh ja irgendwas schießt auch auf mich ich hab ihn geholt aber ich werde so ein bisschen beschossen und eventuell stürze ich ab ja ich stürze ab ich bin ein idiot und jetzt kriegt ja einer einen kill obwohl er mich ja nicht abgeschossen hat der hat mich nur beschossen das hat sich auch immer total mit ich dachte eigentlich ist unrealistisch ne man kann auch im arcade so ein bisschen realismus erwarten gott bin ich blöd und jetzt ist der typ das ziel der mich gerade ab ja beschossen hat nicht abgeschossen und wir flying ja du hast mich nicht abgeschossen so ich versuche dem bruder hier zu helfen mit drei gegen mit drei also einfach hier a jesus scheiße ich dachte er stürzt vielleicht ab oder so Titten 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 ich muss hinterher ich muss hinterher John Fruster you bitch Hauptsache nicht schon wieder abstürzen oiuiuiuiui ich weiß nicht ob ich den der ist ja doch abgestürzt ok ist schon eine xp 38g ha Sp2M ja bah shit oh 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 Wo sind die Zieger alle auf dem Boden? Flugzeug zerstört! Hier war da gerade noch einer, ja da kommt noch eine SU, waaaaaass, wer essen hier auf mich? Rammte mich, er hat ja auch so ein Schild namens Rammer, aber ich glaube das war ein anderer. Diese verkackte SU, ne, schießt ihr auf unsere Einheiten. Schoss, schoss. Sie hat sich selber ins Jenseits befördert. Klemmchap schon wieder hier. Oh, ohne Heikel, was hier nicht alles fliegt. Also gegen diese ultrawendigen Doppeldecker hat man nicht wirklich eine Chance hier, finde ich. Die sind so verfreakten, ne? Ja. Oh, ich stürze ab, ich stürze ab. Du glaubst nicht, ich stürze schon wieder ab. Oh, nein. Nennt er sich Archangel Raphael. Ich weiß nicht, ich habe plötzlich so an, an Auftrieb verloren, so an, an Energie verloren, ne? Aber es hieß ja auch, man soll nie mit diesen verkackten Dingern zu sehr in Bodennähe fliegen, weil du sonst über den Jordan gehst. Weil du hast, ich habe den, den Wendekreis, also den Radius, den ich brauche zum Drehen für irgendwas, ne, habe ich auch nicht im Kopf. Oh, ich habe mein Hinterteil verloren. Ha! Tut's weh? Tut's weh? Boom. Ja. Wo ist der Typ? Über mir ist einer. Unter mir? Unter mir! Wer ist der? Fipi Chang? Fipi Chang? Was ist das für ein Name? Fliegt ne Jagd 1. Zeit für die Jagd. Zeit für die Jagd! Zeit die Jagd zu jagen. Jetzt macht er wieder hier, ich töddel mich durch die Gegend hier, muss er meinen Scheißmanöver, du fucker! Ja, der will mich abhängen hier. Hast du das auch, wenn ich mal so fliegen wie die letzten Tittenficker? Also wenn ich das mal jetzt so gepflegt ausdrücken darf. Ja. Ich bin fast in hier reingeflogen, ich muss abdrehen und shit hier. Abschusshilfe! Fuck! Oh, das ist ein IL-2. Jetzt oder nie. Naja. Ich war jetzt auch nicht so der Knaller. Jetzt habe ich nur die kleinen Geschütze hier. Und jetzt habe ich grad gar keins. Wir werden die Ziele auf dem Boden nicht gezeigt. Oh, der ist abgeschrebbert. Ne, irgendwie anders ist abgeschrebbert. Wir haben gewonnen! Gewonnen! Was? Zwei Tode? Echt jetzt? Really? Really? Ja. Ja. Wie finden wir denn das? Tja, scheiße. Da hast du wohl recht. Da hast du wohl recht. Aber gut. So ein bisschen Rost ist noch dran. Wir haben uns noch nicht ganz eingespielt. Das ist heute auch das erste Mal seit... Weiß ich nicht wie lange. Zwei Monaten oder so? Hm. Kommt schon ungefähr hin, ne? Ja. Wenn nicht länger. Naja, ich weiß ja nicht. Also du hast wahrscheinlich nicht länger gespielt, ja. Ja. Ich habe glaube ich vor zwei Monaten ungefähr das letzte Video hochgeballert hier. Ja, naja, immerhin. Er hätte ja auch schlechter laufen können, ne? Er hätte ja auch schlechter laufen können. Und man hat immerhin in jeder Runde was gekillt. Ja. Einmal verloren, einmal gewonnen. Fifty-fifty. Alles in Ordnung, ne? Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Bye-bye. Bye-bye. Arrivederci. Au revoir. Ähm. Was gibt's noch für Sprachen? Was heißt Tschüss auf Polnisch? Tschetsch. Ach ja, Tschetsch. Tschetsch. Ähm. Genau. Macht es gut. Pfütti. Und bis demnächst. Also. Ciao, ciao.